Global, Media und Updates Drücken Sie Global. Im Global-Modus steuern Sie Parameter, die auf das ganze Instrument wirken, etwa Master-Tuning. Drücken Sie zum Beispiel Menu. Tippen Sie auf Controllers. Dann auf das Foot-Controller-Tab. Hier kann man das Dämperpedal kalibrieren, damit es effizient und mit korrekter Polarität arbeitet. Einfach Calibration antippen, das Pedal gedrückt halten, hier tippen, das Pedal loslassen und hier tippen. Fertig! Drücken Sie Menu und berühren Sie Audio und Video. Hier kann man die Lautsprecher ein- und ausschalten, den Master-EQ des PA900 anpassen, die Video-Out-Funktion einstellen und vieles mehr. Es gibt auch globale Parameter, die auf die vier Hauptmodi wirken. Drücken Sie Menu-Mode Preferences, zum Beispiel Global Splitpoint des Teilplay-Modus. Alle Änderungen im Global-Modus werden automatisch gespeichert. Drücken Sie Media. Hier erhalten Sie Zugriff auf den internen Speicher, um eigene Daten zu sichern und zu laden. Über den rückseitigen USB-Device-Port kann man auch einen Computer anschließen, um auf den internen PA900-Speicher zuzugreifen, um beispielsweise MP3-Dateien via Drag & Drop zu übertragen. Mit Media können Sie auch auf alles zugreifen, was an den oberseitigen USB-Port des PA900 angeschlossen ist, zum Beispiel USB-Sticks, Festplatten und so weiter. Media bietet viele Optionen zum Speichern, Laden, Kopieren und mehr. Zur Übung sichern wir unsere PA900-Dateien. Gehen Sie zur Safe-Seite. Tippen Sie auf All, dann Save to, dann New Set. Tippen Sie auf T, um die Datei My Backup zu nennen. Dann auf OK zur Bestätigung und nochmals OK. Hier können Sie die zu speichernden Daten des Sets wählen, denn es besteht aus verschiedenen Datentypen. Verändern Sie nichts und tippen Sie auf OK und zur Bestätigung auf Yes. Zum Laden einer Datei gehen Sie zur Load-Seite und tippen Sie darauf. Sie könnten auf Open tippen, um nur einen Teil der Daten zu laden. Tippen Sie aber einfach auf Load und dann auf Yes. Auf kork.de finden Sie eine Fülle von Materialien, wie Videotutorials, Software, Sounds und viele weitere Styles. Und alles gratis. Obwohl manche Styles für ältere PA-Serien erstellt wurden, werden Sie beim Laden automatisch für das PA-900 konvertiert. Wenn Sie zu einigen oder allen Werksdaten zurückkehren möchten, bleiben Sie in Media, gehen zum Utility-Tab und wählen Factory Restore. Tippen Sie dann auf Execute. Mit OK würden wir jetzt alle im Speicher befindlichen User-Styles, Sounds, Songbook-Einträge und so weiter löschen und die Werksdaten laden. Sie können All beibehalten oder abwählen, um nur bestimmte Daten für die Wiederherstellung zu bestimmen. Zurzeit wollen wir nichts laden und tippen auf Cancel. Informieren Sie sich auf kork.de regelmäßig über Betriebssystem-Updates für Ihr PA-900. Kork ist ständig bemüht, Ihr Instrument zu verbessern und neue Features hinzuzufügen, die von Anwendern nachgefragt wurden. Die Betriebssystem-Version Ihres PA-900 finden Sie links unten auf dieser Utility-Seite. Zum Aktualisieren des Betriebssystems laden Sie die Datei von kork.de herunter. Sie heißt so ähnlich wie in diesem Beispiel. Das V100 bezieht sich auf die Versionsnummer des Betriebssystems. Entpacken Sie das Archiv und kopieren Sie die Datei, zum Beispiel PA-900-OS-V100.pkg auf einen USB-Stick oder ähnliches. Fertigen Sie vor dem Installieren des neuen Betriebssystems ein Backup Ihrer internen Daten an, obwohl normalerweise keine Probleme auftreten. Schalten Sie das PA-900 aus und schließen Sie den USB-Stick mit der PKG-Datei an. Halten Sie beim Einschalten des PA-900 den Intro-1-Taster gedrückt, bis System-Update auf dem Bildschirm erscheint. Lassen Sie Intro-1 los und führen Sie die Touch-Panel-Kalibrierung durch. Dann werden Sie aufgefordert, das PKG für die Installation zu wählen. Tippen Sie auf OK. Wählen Sie das USB-Laufwerk und tippen Sie auf die PKG-Datei. Drücken Sie Select. Das PA-900 prüft die PKG-Datei und zeigt diesen Bildschirm an. Tippen Sie zum Starten des Verfahrens auf Update. Schalten Sie das PA-900 in dieser Zeit nicht aus. Warten Sie auf diese Meldung. Schalten Sie das PA-900 aus und ein. Danach ist das Update abgeschlossen. OK, das war's. Jetzt sind Sie mit den Grundlagen des PA-900 vertraut. In den PDF-Handbüchern werden alle Details dieses fantastischen Instruments ausführlich erklärt. Das komplette KORG-Team dankt Ihnen für Ihren Kauf. Sie haben die richtige Wahl getroffen und werden das KORG PA-900 noch lange genießen. KORG PA-900 Musik 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 Torch TV 3, 2, 1